Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen der Gouverneur, den Takumogita aus der Präfektur Chiba, den Tag sagen. Er ist, wie Sie eben gehört haben, zum ersten Mal bei diesem Japan-Tag dabei. Willkommen auf von uns. Ich bin der Gouverneur, der Gouverneur von Morita-Kensak-Kensak-Kensak-Kensak-Kensak. Meine Damen und Herren, ich heiße Kensak-Kensak-Kensak-Kensak-Kensak-Kensak-Kensak. Ich bin der Gouverneur der japanischen Präfektur Chiba. Neben mir sind einige Abgeordnete der Präfektur und der Stadt Chiba hier mitten im Publikum präsent. Willkommen zum Japan-Tag. Ich freue mich sehr dankend darüber, an einem solchen fantastischen Fest wie dem Japan-Tag dabei sein zu dürfen und Sie alle zu grüßen. Als Repräsentant für die 6,2 Millionen Menschen der Präfektur Chiba möchte ich der Stadt Düsseldorf ein herzliches Dankeschön sagen. Hier wurde eine Gedenkfeier für die Opfer des großen Erdbebens in Ostjapan veranstaltet und die Bürger hier haben uns warmherzig unterstützt und ermüdigt. Dafür möchte ich mich bedanken. . Jetzt kommen wir hier dr. Ich bin der Stadt. Und wenn die Bürger ein bisschen, die Bürger sind, die Bürger sind sehr öfter. Ich bin der Stadt. Ich bin der Stadt. Und die Stadt. Ich bin der Stadt. Ich bin der Stadt. 2005 eine Austauschbeziehung mit der Stadt Düsseldorf. Für die vergangenen sieben Jahre hat sich unser Austausch im Bereich von Kultur, Sport oder Wirtschaft vervielfältigt. Wir nehmen auch am Japan Tag mit unserem Stand jeden Tag, um Chiba zu präsentieren. Chiba liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Tokio. Und hat den internationalen Flughafen Narita als Haupteinangstor zu Japan, das Tokyo Disney Resort als größter Themenpark Japans, die Makuhari Messe als wichtiges Messegelände oder die Tokio-Wank Aqualine, eine Kombination von Brücke und Tunnel über die Wucht von Tokio, sind weitere landesweite Attraktionen. Außerdem finden sie dort schöne Natur und Landschaften und viele hochqualitative Lebensmittel wie Gemüse, Fleisch oder Nebesfrüchte. Das Sushi in Chiba genießt einen hervorragenden Ruf. Daneben kann man dort zahlreiche Tempel- und Sehensmöglichkeiten besuchen, bei denen man japanische Tradition unmittelbar erleben kann. Hier steht Chiba-Kun, das Mascottchen für Chiba. Die Präfektur hat auf dem Atlas genau diese Form. Wenn Sie zum ersten Mal den Präfekturnamen Chiba gehört haben, kommen Sie bitte zu unserem Stand. Wir möchten Sie über unsere Präfektur informieren. Ich denke, dass die Präfektur Chiba auch Ihnen viele Attraktionen und Erlebnisse bieten kann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Chance haben, kommen Sie nach Japan, bitte droppen Sie in Chiba-Präfektur. Wir haben unsere Nase-Sushi, Nase-Sake und Japanese-Sake, das bedeutet Rast-Wine. Wir kommen alle, wir kommen alle, zu visiten Chiba. Wir kommen alle, zu visiten Chiba-Präfektur.